Ich hab dreimal Jelly Gamer erhalten. Toll, ich auch. Boah, du Arsch. Du kriegst ja keine Ruhrteile, du wolltest in der Aufnahme rießen. Ah doch. Drei Ringe egal. Ich sponsore grad die, äh, Free Rings. Ja, vielleicht kriegst du ja eine Belohnung. Hä, der Free Rings? Ich kriegste ja Belohnung, so zehn Energie geschenkt. Jo, super. Kann man viel mit anfangen. Ich könnt mal langsam anfangen, Kronen in Energie umzuwandeln. Ja, aber wenn ich Sachen hochtreiben will, dann muss ich Energie kaufen, egal wie hoch, äh, egal wie teuer. Ja, aber das ist ein Überpreis, ich, das kann's doch keinem antun. Ja, das muss man mir aber antun. Ich weiß, es soll nicht fertig, es nach unten gehen, sonst kaufen wir keine Energie mehr, fertig. Ich glaub, da kommt keiner mit, klar. Ah, das geht schon, wenn keiner mehr was kauft. Oh, du bist aufgestiegen. Ja, im Rang aufgestiegen. Was auch was? Ich bin Elite-Ritter. Oh mein Gott, ich hab'n Jelly-Game geschenkt gekriegt. Auch noch. Meinen ganzen Jelly-Game. Was mach'n man heute? Ein explosiver Plan? Aufklärer Nights denken, dass sie etwas entdeckt haben, das nach einem von den Kremlins ausgebrüteten Plan aussieht, Haven zu zerstören. Als Elite-Ritter wurdest du vom Spiral Haku ausgewählt, um diese Sache zu untersuchen. Kontaktiere Agent Cora über Comlink, um die Details zu erfahren. Ja, kontaktiert einmal. Start! Glückwunsch, go for real, Elite-Night, wie, wow, du musst stolz sein. Ja, ich kann heute lesen. Ja. Danke, Kuh. Lesen will sie lernen sein. Lesen will sie lernen sein. Das kann ich doch eh nicht. Ja, deswegen. Dring dich an. Alter. Alter. Ja. Das ist mein Let's Play, ich kann da machen, was ich will, alter. Ja, gut, wer's lesen will, kann ja dann auf Pause drücken. Ich will das aber vorlesen. Nein, les. Jetzt schau mal vor, ich mach bald ein Let's Play, da muss ich nur lesen und ich kann nicht lesen. Ja, nicht. Also, danke Cora, vieles verdanke ich deinen Informationen. Oh, ich mache nur meinen Job. Und wo wir davon sprechen, ich habe einen für dich. Ich bin bereit. Unsere Informationen von den Speer-Nights legen nahe, dass die Kremlins etwas Großes vorhaben. Wir glauben, sie entwickeln eine Art Waffe, die sie Projekt R nennen und auf Haven selbst gerichtet sein soll. Spiral HQ und die Stranger... Ist das nicht eigentlich Ranger? Ja. Und die Stranger selbst bitten dich angesichts deiner Leistung, um Clibber-Königspalast... äh, im Clibber-Königspalast diese Sache zu untersuchen. Das kann ich mal lesen. Das musst du noch üben. Nur weil sie uns Unterstopf gewährten, sind die Stranger nun selbst Ziel. Wer war nochmal die Stranger? Ja, das sind die Stranger da, die Leute, die da rumstehen. Ach, die, die komischen Kürbiskopfdinger da. Nein, die da rumstehen und dir Sachen antreten. Ach, die komischen Kegelbäuschigen. Ja, die großen mit den Vögeln drauf. Die großen, die Vögeln, genau. Äh, ja, so sehe ich das auch. Wir schulden es ihnen, diese Bedrohung durch die Kremlins so schnell wie möglich auszuräumen. Äh, ja. Genau. Ich muss das noch üben. Ich habe eine Reihe Missionen für dich vorbereitet, die dich an die Orte führen, an denen Kremlins anscheinend Rohstoffe für Projekt R sammeln. Die Unterweisung sollte dir die Details erklären. Verstanden, Cora. Ich bin unterwegs. Viel Glück. Gespräch beenden. Ja, lass ja weiter machen. Weißt du? Jetzt am Ende, wenn wir Verlässe mit aufnehmen, sag ich dann auch Gespräch beenden. Genau. Gespräch beenden. Was ist denn ein Blaze-Break-Helm? Boah, ich weiß auch nicht. Das Ding kostet 500 Energie. Und die Amor dazu kostet auch 500 Energie. Ach, viel zu teuer. Wärme verstärker. 20% auf alles, was kein Stecker hat. Äxte des Bösen. Machen wir? Ja, machen wir. Es wurde eine Holzfäller-Operation der Kremlins in den Ebenen, die als Mosaiktal bekannt sind, entdeckt. Diese seltsam geformten Inseln sind das zu Hause noch seltsamerer sich drehender Bäume, die die Kremlins anscheinend vollständig ausrotten wollen. Spiral HQ glaubt, dass die Kremlins das gewonnene Holz von dieser Unternehmung für Project R verwenden und braucht dich, um ins Mosaiktal zu gehen und das zu beenden. Die Kremlins sind in den Ebenen. Na dann! Kümmahee! Oh, trinken wir schon. Da hab ich mal. Fangen wir nicht mal. Rad einfach rein und dann räumen wir auf. Ich hab nur noch 53 Energie. Ja und ich hab nur 30. Warum? Akku 44. Dinosaurer ist on! Auch schon gemerkt. Soll ich den auch noch einladen? Da ist doch gleich eine Aufnahme dabei. Ja und? Dann müssten wir den ja auch noch aufnehmen. Warte, wo komm ich denn nochmal auf, Freundin? Da komm ich ja, Freundin! Dinosaurer! Ah, ich leg jetzt mal die neue Rüstung an. Der macht irgendwas auf Ebene 24. Ich glaub dem würden wir nur nerven. Oh, ich weiß ja auch nicht. Ähm, gegen Kremlins bringt Schatten nicht so viel, gell? Ach, Prenn. Doch, Schatten ist gut gegen Kremlins. Aber Elementar ist kacke. Äh, Pixar nicht, gell? Pixar ist neutral. Weil ich mach mit dem mehr Damage. Aber ich würd ne Rüstung, äh, ne Elementarschutzrüstung mitnehmen. Elementar ist kacke gegen die. Gut, dann nehm ich den Silver Six mit. Ja, genau. Der ja kein Elementar macht. Und ich nehm meinen Silver Six mit, glaub ich, kein Elementar, oder? Also ich hab keine ungenutzte Ausrüstung. Was willst du mir davon wissen? Wollt ihr mich verarschen? Ja. Das gibt's doch nicht. Hm, nicht wirklich. Ich hab ne Elementarschutz, Schusswaffen. Ja, warum hilft da sowas mit? Warum kein Elementarschutz? Ich hab's. Warum ist Elementarschutz? Ich hab hier noch ne Super Blaster auf Stufe 3. Oh, au. Nicht viel. Also ich hab meine Ausrüstung parat. Ich hab ungenutzte Ausrüstung? Klick hier. Ja, das hat bei mir auch gestanden. Ich hab aber nix ungenutztes. Hä? Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin verwirrt. Das wirst du öfters. Was? Ah, ich hab ne Schmuck-Slot-Aufrüstung. Ich hab nen Crocmo-Coin-Booster. Ach du Scheiße. Ey, Jesus. Jetzt willst du doch nicht benutzen, oder? Ne, jetzt grad nicht. Crocmo-Coins bringen mir grad eh wenig. Artefakte hab ich. Ja, die kannst du eh nicht benutzen. Du kannst nur lesen. Ah, super. Bringt mir sehr viel. Ja, genau. Ähm. Was soll ich anziehen? Elementarschutz-Schutzschuld? Genau, Elementarschutz. Ich hab ne Frostbreaker-Armor auf Stufe 1. Die bringt dir nichts. Warum? Ja, weil die nicht wirklich Frost haben. Was ist Elementarschutz? Elementar ist besser. Weil sind denn die Master Blast-Bummen fertig? So. Mit dem Brecheisen. Dann geht's runter. Und noch kurz zeigen für die Zuschauer, was die Master Blast-Bummen macht. Ja, dann lass den aufgehen. Boom. So. Weiter geht's. Was wolltest du grad sagen? Hä? Was wolltest du grad sagen? Ja, Bomben machen. Ach so. Ich hab das Gefühl, ich fall dir hier so ein bisschen ins Wort. Ja, so ein bisschen schon. Wir haben jetzt schon so etwa ne Stunde aufgenommen. Echt? Mann, die Zeit, die fliegt ja beim Aufnehmen. Das denk ich mir bei Minecraft auch ständig. Da gehst du einmal in die Höhle und zack, ist ne Stunde später. Wenn man dir als Blast guckt, gewählt das immer, als wenn die Ewig brauchen zum Aufnehmen. Aber wenn man dann selbst aufnimmt, das vergeht ihm nichts. Siehste? Wahnsinn. Das ist schlimm. Ja, schon. Äh, wir müssen Kars wieder umdrehen hier. Oh mein Gott, nein, der wird klar. Oh mein Gott, Bomben. Oh mein Gott, Bomben. Oh mein Gott, Gegner. Oh so, Bomben. Komm schon! Yoey! Wirklich ganze 100 abgezogen. Da kann man auch Bäume fällen. Einfach mal Dynamin-Ladung rein, ne? Ihr wollt mich schon verarschen, oder? Dann kriegst du die Bäume mal auf den Deckel. Alter! Gegen Bäume hätte ich die Silversicks mitnehmen können. Na, also geht doch. Warum fällt? Warum war ich eigentlich so blöd und hab die Bombe eingesteckt, hä? Ja, das hab ich mir auch gefragt, aber jetzt ist sie drin. Warum sagst du mir nicht, dass die Bombe scheiße ist? Ja, aber ich weiß ja auch nicht. Ich kann nicht alles wissen. Wegen dir verlieren wir jetzt. Ja, klar. Ich bin doch dabei, deswegen gewinnst du. Ah. Ich hab Erfahrung hier drin. Ach so. Wahnsinn. Warum hast du eigentlich mehr Leben als ich? Weil ich ein Achter-Lebens-Ding hab. Ach so. Ist das nicht wegen deiner Ausrüstung oder so? Nein, also ich hab ein Achter-Vider-Port eingesammelt. Ach so. Weiß, ich spiel jetzt immer ein bisschen, äh, Al-Qaida-Dings da. Aha. Wir kennen mal ein paar Bomben. Ja, mach du mal. Weiß du noch früher in den Arenen? Ach ja, die Arenen. Gibt's die Arenen eigentlich noch? Die gibt's noch, ja. Ach so. Wird nichts ins Fernsehen. Kommt man da auch noch, äh, ganz legitim mal rein? Nein. Doch, die gibt's eben noch ganz normale Ruhe, weil so. So wie immer. Die verschlangen nicht mehr in der Arena. Ja. Ja, ich weiß doch grad gar nicht, wo einer rumfliegt. Ich glaub, irgendwo in den Missionen müsste es auch noch welche geben. Echt? Ja. Ja, ich würd dir gerne nämlich noch den Zuschauern zeigen. So eine Arena. Ja, ich glaub, da kommst du noch gar nicht hin. Wie? Weil die glaub ich erst weiter später kommen, aber ich kann dich ja gerne in eine einladen. Glaubst du, ich überlebt das? Ja, das ist die Frage. Ja, an der hab ich selber spiel als Preisen. Ja, super. Na, ne richtigen Ausrüstung klappt das schon. Ich glaub, dafür reicht meine Energie nicht. Ich glaub, dafür reicht meine Energie nicht. Ich glaub, dafür reicht meine Energie nicht. So, und irgendwie hab ich so das Gefühl, ich übernehme grad die Leitung von deinem Let's Play. Ich red nie aus dir. Ich genieße das grad ein bisschen. Dann läuft immer schief, glaub ich. Nee, soll genau so laufen. Genau so hab ich's geplant. Wenn es so weiter geht, lade ich's selbst hoch. Du nimmst gar nicht auf. Ja, das krieg ich auch noch in mir. Du hast keinen Traps? Ich weiß. Ich benutze sowas auch nicht. Und Cracken ist nicht, ne? Ich hab hier meine eigenen Aufnahmenprogramme. Was denn? Ich hol's nur ne bescheine Grafiekarte für sowas. Ich glaub, Spyvice aufnehmen wird ja nix. Da kann ich eher normale Sachen aufnehmen. Ja, um Sachen aufzunehmen musst du sie quasi zweimal spielen können. Gleichzeitig. Also ich glaub, dann mach ich einfach nur Tutorials über irgendwas, wenn ich mal irgendwas hochlaute. Ja, Screencast! Oh, da lang. Dafür würde mein Recht nur noch ausreichen. Ja. Na, ich weiß nicht. Vielleicht fang ich irgendwann mal mit sowas an. Auch ich weiß nicht. Vielleicht fang ich irgendwann mal mit sowas an. Wenn dir die anderen sagen, was er zu meint. Schreibt's doch in die Kommentare. Schreibt's in die Kommentare! Wenn mehr als 50% der Antworten ja sagen, fang ich mit Videos vielleicht an. Ja, ich verlinke dich dann und dann gehen die ganzen meiner Abonnenten zu dir. Dann gehen die immer so lang auf die Nerven für sich anfangen, ne? Jo. Kann ja lustig werden. Ich kann dir sagen, wenn du damit angefangen hast, kommst du nicht so schnell wieder raus. Ja, das befürchte ich. Vielleicht kann man sich dran gewöhnen, dann ist auch nicht mehr so viel. Wenn man ordentliches Internet hat, ist das auch nicht so schlimm. Das ist kein Problem. Ja, bei mir schon. Jetzt wo... 2 Megabyte pro Sekunde laden, das geht schon. Na, ich hab ne Idee. Ich komm einmal die Woche zu dir und bring dir die ganzen Videos, die ich so hab. Und die lässt du dann für mich hoch. Ja, kommst du hier mit externer Festplatte und alles angerückt und dann... Großbruchladen, hm? Jo. Ja, 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 alle auf meine Kosten hier. Treffen wir uns einfach einmal die Woche. Wenn du einmal pro Woche hierher gefahren kommst. Wofür gibt's Zug? Weiß nicht. Wofür denn? Und da mir meine Tante eh ne Monatskarte für den Bus kaufen will... Och, ne Monatskarte? Ich hab ne Jahreskarte für überall hin. Ja, wenn ich so ne Monatskarte krieg, kann ich dann bestimmt auch Zug fahren. Ich kann hier im ganzen Bundesland rumkurven, ein ganzes Jahr lang. Ah, dann fahrt du doch zu mir? Ich nenne jetzt extra nicht welches Bundesland, damit man ich nicht finden kann. Jo. Sag bloß, Kamm, dass wir in Rheinland-Pfalz wohnen. Ja. Hat jetzt keiner gemerkt, ne? Nee. Also wenn es einer sucht, wir sitzen irgendwo anders. In Berlin. Kommt bloß nicht auf die Idee, dass wir in Rheinland-Pfalz wohnen. Ja, ne. In Wahrheit auch, wenn nämlich in Berlin hier irgendwo. Ja. Ja. Ich fahr als Klassenfahrt nach Berlin, ne? Hm. Das machst du immer, du bist wohnst in Berlin, aber kommst dann hier zu tun, oder? Genau. Ich fahr mit meiner Monatskarte hier her. Du stehst dann jeden Morgen um 3 Uhr auf, damit du rechtzeitig ankommst? Klar! Ich hab nichts besser... Abend um 8 Uhr wieder nach Hause. Warum nicht? Wieso, schönes Leben? Ah, super. Schule, nach Hause gucken, nach Hausaufgaben oder ins Schlafengehen. Und man esse ich was? Essen. Ich brauch das. Wenn du essen willst, kannst du in Essen einen Zwischenhalt machen. Äh... Ja. Der war jetzt unglaublich flach, weißt du. Ah, sorry, aber einer muss doch die schlechten Witze reißen. Ich muss in dem Fall wohl beides machen. Digitierst dir von lustig auf unlustig. Ey, ich muss hier irgendwie beides machen, weil du ja überhaupt keine machst. Was, ich mach keine Witze? Ja, seltener eigentlich. Ja, ich bin zu seriös, weißt du. Du bist einfach nur zu faul zum Witzen machen. Halt die Klappe. Ja, das krieg ich meistens von dir zu hören, ne? Halt die Klappe. Ja, genau so wie jetzt. Würden Sie bitte bitte Ihre vergrotete Klappe halten? Nix da. Klappe ist los, da kann man nichts mehr halten. Ich sag jetzt mal nix dazu. Ja, genau, ist es vielleicht besser. Ich lass das mal unkommentiert im Raum stehen. Einfach ruhig flagen und Aufzug fahren. Genau. Fahrter beim Drive. Oder den jungen Aufzug auf. Oder den jungen Aufzug fahren auch eigentlich nennt keiner. Äh, äh, train up. Train? Train ist ein Zug, du. Ja, Aufzug. Aber Aufzug ist ein Elevator. Abtrain. Ein Abtrain. Was auch immer. Abtrain. Aufzug. Oh, Hackstock. Level heißt Hackstock. Hackstock. So, was wollte ich jetzt anziehen? Ach schon, die Bombe weg. Ja, ey, Kackding do. Und dafür die Silver Six wieder her. Jo, auch für die Bäume. Ich brauch meine Schusswaffe wegen Schadensbonus Kremlin. Mist, nachwachsende Kisten. Das hier ist der einzige Wald, wo Kisten nachwachsend. So sollen nach meiner Saal des Kisten knapp werden. So soll sie hierher kommen. Dann bin sie genug. Oh mein Gott, Roboter. Mist, ich glaub ich hätte eine Elementar gebraucht. Rate mal, warum ich die Kanone mitgenommen hab. Ja, stimmt. Ich hab mir noch mal Glück gehabt. Das ist nämlich reinzufällig eine Elementarkanone. Weil wenn die Gremlins kommen, siehst du schlecht aus. Also keine Elementar, weil du eine Elementarwaffe hast. Ich hab ja eine Pistole, äh, eine, eine Schwert noch dabei. Ja, eine Schwert. Jo. Oh. Boah, eh. Ich gehst doch im Arsch. Falle erst mit Falle ab. Das war eine Falle. Ja. Sau asozial. Das bläsozial. Aua. Ich sehe Sterne. Na, so lange du wenigstens noch etwas siehst. Ja, stimmt allerdings. Wär schlimm, wenn du gar nichts mehr siehst. Blind geschlagen. Das wär ja toll. War da wohl ein Blindgänger. Boah, eh, alter. Sorry. Ich weiß, dass der schlecht war. Du wirst ja schlimmer als Sarazar. Ja, ey, der muss doch Konkurrenz machen. Ah du, wenn wir jetzt hier schon... Ich hab gleich auch für die beiden. Abo, Sarazar. Wenn wir jetzt schon hier, ähm, Spival Nights als Together aufnehmen, dann könnten wir doch auch irgendwann, wenn ich besseres Internet hab, Left 4 Dead als Together aufnehmen. Ja, bestimmt. Bis dahin hol ich mein Uncard-Patch oder kauf's mal Uncard auf'm anderem, äh, Steam-Account. Kann ja lustig werden. Und dann... Der größte Schisser... Spielt mit dir dann Left 4 Dead. Ja, du wirst wohl mehr sich haben. Deswegen sag ich ja, der größte Schisser spielt mit dir. Ach, ich hab verstanden mit mir. Also mit dir. Ne, mit dir. Ja, ja, so sieht's dann wohl aus. Ja, ich weiß, dass du keine Angst vor so Spielen hast. Ja, ist doch nicht. Ich kann nur mit dir besser umgehen. Ich spiele ja auch hier Nightmare House 2 und alles. Nightmare was? Nightmare House 2, da. Das eigene Spiel. Und diese eine Mutter für Hardfly. Ach du Scheiße. So schlimm war das Spiel gar nicht? Nightmare House? War das nicht das, was Konkur gemacht hat? Ja, das... Guck mich in einem Krankenhaus da rauszufallen. Boah, Alter, da hab ich gedacht, der hätte in der zweiten Folge, glaub ich, abgeschaltet. Ähm, Bruce Hope Hospital. Oh, das ist schlimm! Nö! Gibt's ja viel schlimmere Spiele, Alter, ehrlich. Ich hab's sogar bei 4 3 abgeschaltet. Ich würd' ja sogar Amnesia spielen, wenn ich's hätte. Mir wird, ähm, angedroht, ich soll ein Amnesia Let's Play mit Facecam machen. Hoho, mit Facecam. Sieht mir doch schön frei, ne? Miho, miho! Dann müssen sie sich nicht mehr vom Spiel über so lachen müssen. Dann krieg ich nicht mehr per Spiel... ... angezeigt, dass ich vielleicht kurz vor kurz vor... Ich bin nur kurz vor dem Herzenfakt, sondern bin wirklich kurz vor dem Herzenfakt. Ja. Dann ist dein... Ich glaub, dann zeigt das Will einfach nur deinen echten geistigen Zustand an. Ja, ich verbinde mich dann so über Hirnsequenz mit dem Rechner. Haha, da steht dein... Steht dein echten Körperdaten. Jo. Ist auch nicht mal geistig gesund. Hier. Weischt das hier mal? Weiß nicht. Boah, kennst du mich gut. Geh mal da rein, oder? Ja. Ob wir da rein gehen. Ja, wenn du Geld hast dafür. Ein bisschen hab ich glaub ich noch. Der schluckt ja Geld das Ding da. Das ist hier wie Mautstelle. Das schluckt Energy. Ja. Ohne Bezahlen ist nichts los. Da, ich hab dir den größten liegen gelassen. Ich hab so das Gefühl, es ruckelt grad ein bisschen. So, hier, schmeiß mal drei Energie rein, damit das Tor da aufgeht. Kristall oder Nebel? Nebel. Wird zuerst Nebel und dann ein Kristall benutzt. Gut. Weil mit 34 Energie kann ich eh nicht viel anfangen. Naja, nicht wirklich. Deswegen hab ich jetzt noch ein 30 Energie. Dafür mehr Kronen! So, dann haben wir ja das Level auch schon fast geschafft, glaub ich. Hast du eigentlich meine Schulden schon zusammen? Äh, Schulden? Du schuldest mir immer noch Kronen. Ich weiß noch, dass mir noch jemand schuldet. Du schuldest mir noch 90.000 Kronen. Und. Still es mit der anderen groß